meine lieben liebe freunde wir haben zinn gefunden wunderbar also zinn kriegt ihr wenn ihr im pvp gebiet reingeht außerhalb der roten markierung findet ihr tolle tolle zinn verkaufen ja aber ich nehme auch das zinn erstmal mit granit suche ich auch aber vielleicht kommt auch da noch granit mit raus wer weiß auch immer aber irgendwie kriege ich keinen zinn jetzt geht doch super ich hoffe das hat euch weitergebracht und ihr könnt ordentlich rezepte damit kraften wir sehen uns dann beim nächsten rohstoff beim granit den suchen wir nämlich jetzt auch noch